Musik Nicht nur Fachwissen aus dem Hänger, wir haben auch Praxis aus dem Hänger und das beweisen wir mit dem Michael heute. Und der wird uns was zu kleinen CO2-Anlagen zeigen. Das Ding, was hier neben uns steht, würde er erklären. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß. Ich komme hier gar nicht raus. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder für euch hier sein darf. Wie der Dirk schon gesagt hat, geht es heute darum, um CO2-Anlagen kleiner Leistung. Ich will hier mal kurz zwei, drei Bilder erst zeigen und dann gucken wir uns das Gerät ein bisschen an. Wenn man die gesamten Baureihen oder Baureihe anguckt, die wir zu bieten hätten oder haben, dann beginnt es bei Kleinkälte von 2 kW etwa bis hin zu 150, 200, 300 kW Kälteleistung im CO2-Bereich. Das wollen wir heute nicht alles zeigen oder vertiefen, sondern speziell auf diese kleinen Kälteanlagen mal eingehen. Die werden mittlerweile vielfach installiert und ist ein interessantes Thema, was zum Teil falsch eingeschätzt wird bei den Kunden. Das ist die Praxiserfahrung, die wir jetzt gemacht haben die letzten Monate, dass da zu wenig auf die Installation, auf die Betriebsweise geguckt wird. CO2 muss man verstehen. CO2 ist nicht so pflegeleicht, vielleicht wie jedes andere Kältemittel, aber es ist gut beherrschbar. Aber man muss einfach ein paar Dinge dabei wissen und berücksichtigen. Man muss Gerät kennen und man muss die Einstellung richtig machen und so weiter. Das will ich aber nicht alles zeigen, sondern mal den grundsätzlichen Aufbau und die Funktion darstellen. Also es geht jetzt um diese kleinen Geräte hier und da gibt es schon eine Unterscheidung. Wir haben einmal die Connex als Gerät selber. Das Gerät, was ist das eigentlich? Das ist, wenn man das genau betrachtet, ist es ein luftgekühlter Verflüssigungssatz, wobei die Anlage ja, wenn sie transkritisch läuft, nicht verflüssigt, sondern es ist dann der Verflüssiger nur ein Gaskühler. Also das ist dieses Gerät hier im Gehäuse, also mit Wetterschutzgehäuse für Außenaufstellung geeignet, an sich häufig so im Einsatz. Wenn man aber sagt, man braucht ja sowieso für eine komplette Anlage auch noch einen Verdampfer und eine Kühlraumsteuerung, dann bietet sich natürlich auch der ganze Bausatz an, den wir dann SN nennen. In dem SN-Lieferpaket ist dann auch der Verdampfer dabei und der Kühlstellenregler. Im Gerät selber ist ein beziehungsweise zwei Rollkolbenverdichter integriert. Die sind drehzahlgeregelt, das zeige ich gleich aber im Gerät auch nochmal. Und ja, so sind die Anlagen auch sehr gut drehzahlregelbar, anpassbar an den jeweiligen Bedarf, schalten automatisch zwischen sub- und transkritischem Betrieb um. Wenn die Außentemperatur zu hoch wird und wir nicht mehr subkritisch fahren können, dann funktioniert es vollautomatisch. Die Regelung erkennt es von alleine und schaltet um. Und ja, ich denke, wir gucken uns jetzt einfach mal das Gerät ein bisschen genauer an. Das, was wir hier sehen, das ist eine Schulungsanlage, also ein komplett funktionsfähiger Kältemittelkreislauf. Hier oben, das ist der Verdampfer. Seitlich davon ist die Kühlraumsteuerung. Das ist ja was, was normalerweise jetzt ein bisschen weiter weg installiert ist, also nicht bei der Connex selber zu sehen wäre. Aber um das hier kompakt und transportabel zu machen, haben wir das jetzt mal so aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen im Gerät um. Von außen sehen wir jetzt hier einen Lüfter. Das ist der verflüssiger Lüfter bzw. eben Gaskühler Lüfter, der dann hier auch Drehzahl geregelt wird. Und wenn wir hier mal ins Gerät reinschauen, dann sehen wir doch einen sehr kompakten Aufbau des ganzen Gerätes. Ich gehe mal hier auf die andere Seite rüber, kann ich das ein bisschen besser erläutern. Also hier hinten dran ist ja jetzt der Verflüssiger, der Gaskühler und noch ein paar weitere Einbauteile. Die sind jetzt aber nicht weiter interessant. Hier unten sehen wir dann die beiden Rollkolbenverdichter. Das ist einmal hier der Hochdruckverdichter, der von Mitteldruck auf Hochdruck dann verdichtet und dann den Tiefkühlt, den Boosterverdichter. Und damit habe ich es schon verraten, das ist hier eine Connex für Tiefkühlanwendung. Tiefkühlung mit CO2 geht nicht mehr einstufig, sondern wir brauchen einen zweistufigen Prozess. Und den haben wir hier berücksichtigt. Und insofern haben wir dann auch eine zweistufige Entspannung im System. Wir haben dann einen Mitteldrucksammler. Und der Mitteldrucksammler, das sind zwei parallel geschaltete, die sehen wir dann hier. Das ist die Mitteldruckstufe. Und ja, wir sehen dann noch ein paar weitere Einbauteile. Zum Beispiel die Rollkolbenverdichter, die sind ja auch drehzahlgeregelt, das hatte ich eben schon mal erwähnt. Und die Frequenzumrichter, das sind diese beiden Geräte an der Seite hier. Hier im oberen Bereich wäre jetzt noch dann die ganze Elektrik integriert. Also der Hauptregler und die Steuerung für die einzelnen Komponenten. Ja, was ist sonst noch hier interessant zu erwähnen? Wir sehen dann hier ein Flüssigkeitsschauglas. Wir sehen hier noch dann einen internen Wärmeübertrager, Flüssigkeitssaugaswärmeübertrager, ein Plattenapparat, der auf der einen Seite natürlich das Saugas, wenn es aus dem Verdampfer zurückkommt, normalerweise über ein paar Meter Rohrleitungslänge, dann nochmal eine zusätzliche Überhitzung bekommt. Das schützt die Verdichter vor Flüssigkeitsschlägen auf der einen Seite. Und wir erzeugen damit auf der anderen Seite in der Flüssigkeit, die zum Verdampfer hinströmt, auch eine stärkere Unterkühlung. Und die Unterkühlung ist ja ein wichtiges Merkmal letztendlich auch, um zu sehen, ist die Anlage, läuft sie stabil? Das elektronische Einspritzventil, was am Verdampfer angebaut ist, das fordert ja eigentlich auch eine unterkühlte Flüssigkeit und das wird hiermit realisiert und umgesetzt. Ja, wir sehen hier, muss ich gerade mal kurz sehen, was wäre sonst noch zu erwähnen, Drucktransmitter, Temperatursensoren, an vielen Stellen Serviceventil. Was vielleicht noch interessant ist, ist hier hinten dieses Ventil mit diesem roten Kopf. Ich glaube, das kann man ganz gut so sehen. Das ist das Hochdruckregelventil. Und das ist ja der Unterschied zu Anlagen mit herkömmlichen Kältemitteln. Bei CO2 brauchen wir ein Hochdruckregelventil, weil das System ja irgendwann, wenn die Außenhämer zu weit ansteigt, nicht mehr ganz klassisch subkritisch fahren können, verflüssigen können. Und dann muss der Regler das erkennen und den Druck auf ein Niveau anheben, um die Anlage wieder optimal zu betreiben. Man könnte das theoretisch auch einfach so geschehen lassen, aber dann ist die Anlage in dem Zwischenbereich, wo man immer wieder zwischen sub- und transkritisch flät hin und her springt, nicht sonderlich effizient, weil die Energieausbeute nicht so gut ist. Und ja, der Betrieb wäre auch nicht so stabil und optimal, wie er halt eigentlich dann sein soll. Und das Ganze wird aber vom Regler, der hier eingebaut ist, komplett erkannt. Wenn wir jetzt nochmal vom Gerät weg hier nochmal nach oben kurz gehen, in den Verdampferbereich rein, das ist jetzt ein typischer Verdampfer für diese Leistungsklasse, also mit dem man jetzt dann einen Tiefkühlraum zum Beispiel kühlen könnte. und ja, die relativ kompakte Aufbau. Hier ist dann auch die Steuerung der Lüfter mit integriert und hier an der Seite dann die Kühlraumsteuerung, die letztendlich jetzt kommuniziert, im Fall eines Bausatzes SN, kommunizieren die Komponenten alle miteinander. Also die Kühlraumsteuerung kommuniziert hier mit dem Regler und mit dem Anlagenregler. Und das ermöglicht uns in dieser Konstellation natürlich noch viel mehr optimale Bedingungen einzustellen, Floating Setpoints zu fahren und Ähnliches, um Energieoptimierung zu machen, eine Ölrückholfunktion zu schalten. Das Gerät kann es automatisch machen, weil wir haben ja auch noch Kältemaschinenöl drin in der Anlage. Und Öltransport bei CO2-Anlagen ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium. Und auch das wird gerne vernachlässigt, gerade bei kleinen Anlagen. Da gibt es viele, die dann sagen, ach so eine kleine Anlage, das ist doch kein Problem, ein Verdampfer, ein bisschen Rohrleitung. Und die Rohrleitungsdimension ist ja schon vorgegeben, da kann ich wie bei einer Splitt-Klimaanlage eigentlich gar nicht viel verkehrt machen. Und das wäre schon der erste Fehler, weil dann macht man nämlich schnell Fehler. Man muss sich das hier schon genau einsehen, die Rohrleitungsquerschnitte, das Thema Öltransport, Mindestströmungsgeschwindigkeiten. Wenn man im weiten Bereich regelt, wie wir hier können, von 25 bis 100 Prozent regeln können, dann werden wir immer Betriebszustände haben, wo das Öl nicht mittransportiert wird bei kleiner Teillast. Und dann muss man natürlich gucken, dass man Ölhebebogen einbaut, wenn die Saugleitung nach oben geht, das wäre ein wichtiger Punkt. Und im optimalen Fall eben auch eine Regelungskonzeption hat, die dann die Anlage mal zwangsweise auf hohe Leistung hinterbringt und das Öl zurückzuholen. Und das kann man hier, oder ist in dem Regler, in dem SN-Konzept alles verwirklicht. Also dieses kleine Gerät mit 2-3 kW Kälteleistung hat Merkmale wie von einer Großkälteanlage. Aber man muss es natürlich verstehen und wissen und auch dann hat man natürlich die Chance, es richtig zu betreiben. Und das wünsche ich natürlich allen. Ja, ich hoffe, ich habe mit meinem Beitrag was Interessantes erzählen können und freue mich auf vielleicht ein nächstes Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.